Musik Lass mich hoch, lass mich hoch, ich will hoch, ich will... Egal, lass mich hoch, jetzt hier! So, bleib ruhig, wir sind da, ich komm runter, ich komm runter, komm komm komm, komm mit Regeln. Ich bin da, ich bin nehm dir, ich bin hier. Ja, komm runter, der ist unten gestorben. Haha, ich hab beide, ich hab beide, haha, ihr seid so schlecht, Alter, ihr seid so schlecht, hier rennt auf jeden Fall irgendjemand, Freunde, ich check das hier nochmal ab, bis ihr hier seid, ja, ja, ich warte, bis ihr hochkommt. Ist das ne Splittergranate? Ja. Nicht alleine pushen, nicht alleine pushen. Einer ist down, einer ist down, ja, schön, zwei down, zwei down. Ist gut, ich komm, ich komm, warte, 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 warte. Junge, was geht's hier gerade ab? Hier unten ist einer. Tot, einer tot, hier gedownt, einer hier noch. Da ist noch einer, da ist noch einer in der Ecke, und hier unten liegt der noch. Hab ich gefinisht. So. Hammer mäßisch, seid ihr. Hammer mäßisch. Freunde, und guckt rein. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Das hier. Lest euch das mal durch. Danke, Toxic, für den Vorrat. Danke, Toxic, für den Vorrat. Mein Gott, Alter, dir muss ich da erst ein eigenes, eigenes Mal machen. Fahren wir noch nicht. So. So, fuck, da ist schon einer gelandet. Fahr hinter, du Idiot. Hast aber ne geile Uniform gehabt, feier ich. Sniper auf dem anderen Dach, scheiße. Klafter kommt, Klafter kommt. Sehr schön. Ohne Waffe. Okay, hab ne Waffe, hab ne Waffe, hab ne Waffe. Ich hab acht Schuss, scheiße. Über uns den Gegner. Ja, er überlebt das. Einer auf dem Dach, K.O. Oh Gott, hinter mir. Einer ist tot. Gefinisht. Sehr. Tot. Hinter uns ist einer gelandet. Ja, hast Bock, den zu killen, oder nicht so? Hier ist ein, hier ist ein Dings. Gegner bei mir, Gegner bei mir, Freunde. Vor mir, einer, vor mir, einer. Vor mir, einer. Der kommt runter. Alter, ich regle hier alles allein. Unglaublich. Da ist der. Passt auf, passt auf, passt auf. Mach keine Faxen jetzt. Selber schuld, ich hab ihn gefinisht. Pass auf, da kommt noch welche. Oh, ich hab ihn, K.O. K.O. Komm her, komm hoch. Ich schwöre, ich weiß ehrlich gerade nicht, was ich erzählen wollte, ja? Ich hab letztes Mal, was wollte ich erzählen, Mann? Bin ich nur noch dumm? Das gibt's doch gar nicht. Nervt mich gerade ein bisschen. Hast du das Spiel gesprochen mit dem 18? Ja. Ach ja, dankeschön, Liz, danke. Entschuldigung. Und zwar, warte, warte. Einfach so, stumm, ja. Ja, Ben. Nee, und zwar, jetzt hab ich's wieder vergessen. Ich verarsche. Was man also darf und hier und da. Ja, und dann bin ich halt relativ schnell darauf gestoßen, das. Hab ich, ah, Liz, gerne. Hey, das war's gleich, du. Auf jeden Fall bin ich darauf gestoßen, das. Oh, fuck, nee, ne? Ja, ja, und deswegen hab ich gesagt, äh. Ja, was los, Digga, doof. Ja, hallo. Ah, warum steht da jetzt noch einer? Ich bin wieder zusammen. Äh, geil. Ah, steht sie drauf. Oh, find ich mega geil, komplett geil. Oh, Liz, ey. Ich will nicht mehr. Das muss so sein. Let's tun deswegen, du abdammt. Wuhu! Yeah! Okay, alles gut. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Digga, ihr wollt, dass ich abnehmen? Ist nicht. Umgefahren wahrscheinlich. Aber dass da irgendwelche Playstation 5 dabei waren, das glaub ich eher weniger. Ja, wenn er mich jetzt holt, lang. Oh, 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 Liz, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Oh, Baby. Alter. Oh, man. Liz, ich glaube, ich hab'n Problem. Ey, Optimus Prime ist auch bei uns. Der nennt sich auf jeden Fall so. Optimus Prime ist tot. Nein! Ich muss weg. Oh, fuck, ich muss hoch. Ja, geht nicht. Oh, man, man. Ich will doch nur durch diese Tür. Lass mich doch nur durch diese Tür gehen. Oh, man, ey. Das geht ab. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. als Vater und Sohn. So, komm jetzt. Oh, man, nee. Ja, gut, 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 gut. Oh, man. Wenn ich nicht sterbe? Ja, ich glaube, ich sterbe gleich, weil hier ein Helikopter kommt. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, 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 ja. Ich hab' Spaß. Geil, 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 geil. Ich kann nicht unterwegs sein. Nein. Ja. Boah, der war erst der Beste, ey, Liz. Heute sind aber geile Dinger dabei, ne, wie ich die geredet hab, du? Boah, geht der vor mir, Liz. One shot, one shot. Hab ihn. Alla, easy. Easy. Dankeschön. Ja. Noch einer, Liz. Noch einer, noch einer, noch einer. Ich lade nach. Okay, 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 okay. Schaffen wir, schaffen wir. Los, zeigt deine hässliche Kackfresse. Nee, ne? Kurz dahin. Ja, bleib ruhig, alles gut. Ja, ich, Digga, ich dachte, der wäre komplett tot, Liz. Ja, warte. Entweder ist er da, oder kommt der von hier. Hab ihn, hab ihn, ist tot, Liz, ist tot. Hab ihn. Ja. Pass auf, sag ich. Ja, lass doch mal nach. Ja, weiß ich. Hab beide, Liz, hab beide, komm her. Ja, ja, ich komm, ich bin dabei. Hab beide gefinisht. Hab ihn, du kleiner Spasti. Warte, vorher. Ach, schau, ich wollte ihm nochmal ganz kurz einen Sackcheck ins Gesicht geben, Alter. Wer hat diese Kackgranate geschmissen? Wo? Oh mein Gott. Ein kleiner hässiger Spasti, Alter. Selber schuld, du Dreckscamper. Ach, bleib ruhig, bleib ruhig. Erster Kill ist da. Bleib nochmal entspannt. Da ist einer tot, da ist noch einer. Noch einer tot. Wir müssen hin. Kommt, Jungs, komm, 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 komm. Jungs und Mädels. Ja, 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 ja. Ja, nächstes ist noch welches. Ja, ich muss... Selber schuld, du Spasti. Ja, meine Freunde, das sollte es gewesen sein. Das sollte es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, meine Hasen. Miss Ali, wir hören uns. So, meine Freunde, das war tatsächlich die Runde aller Runden. Freunde, wie gesagt, ab dem 200. Follower gibt es tatsächlich etwas zu gewinnen. Marcel, 15.09. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass du dabei warst. Und nicht vergessen, ab dem 200. Follower gibt es ein Gewinnspiel. Da dürft ihr euch doch freuen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. So, jetzt aber ein Großmomar. Hi. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, lasst einen Kommentar da und sagt, ey, das und das kannst du verbessern. Ich bin für alle Standtaten offen. Ich bin auch neu, deswegen ganz entspannt. Könnt ihr mir gerne ein paar nette Kommentare wohl bemerkt, beziehungsweise ihr könnt auch sagen, ey, Digga, das solltest du noch verändern, wie auch immer. Bin ich offen für. Ich lerne ja noch. Also, seid fleißig. Gebt mir Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Wie ich auf YouTube heiße, steht hier, nee, hier, Ben Balder, der Taste Show. Und, ähm, ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn nichts dazwischen kommt, Montag in aller Frische oder vielleicht noch morgen. Das muss ich mal spontan entscheiden. Aber in diesem Sinne, seid kein Dummi und nehmt ein Gummi. Euer Ben Balder. Bussi. Okay. Säme. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ......